Lektion 245 Dein Frieden, Vater, ist bei mir. Ich bin in Sicherheit. Dein Frieden umgibt mich, Vater. Wohin ich gehe, dorthin geht dein Frieden mit mir. Er wirft sein Licht auf einen jeden, dem ich begegne. Ich bringe ihn zu den Betrübten, den Einsamen und den Ängstlichen. Ich gebe deinen Frieden jenen, die Schmerz erleiden oder sich grämen um Verlust oder denken, sie seien der Hoffnung und des Glücks beraubt. Schicke sie zu mir, mein Vater. Lass mich deinen Frieden mit mir bringen. Denn ich möchte deinen Sohn erlösen, wie es dein Wille ist, damit ich mein Selbst endlich wiedererkennen möge. So gehen wir in Frieden hin. Wir geben aller Welt die Botschaft, die wir empfangen haben. Und so vernehmen wir endlich die Stimme für Gott, die zu uns spricht, während wir sein Wort wiedergeben, dessen Liebe wir erkennen, weil wir das Wort miteinander teilen, dass er uns gab. Dein Frieden, Vater, ist bei mir. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Untertitelung des ZDF, 2020